Was geht ab, meine Seafighter, Oserio, und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 54. Auch vielen lieben Dank für die Einsendung dieser Woche. Wenn ihr mitmachen wollt, Freunde, der Link ist in der Beschreibung, dort bekommt ihr Informationen. Und dann würde ich aber auch sagen, wir legen direkt los mit dem ersten Team, denn das erste Team ist von Albin. Lieben Dank für die Einsendung. Und da schreibt man zum einen natürlich, bam, Hashtag Team Oserio, und zum anderen, das ist mein Universe Survival Saga Team, freue mich auf dein Feedback und deine Verbesserungsvorschläge. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, mein Freund. Und so haben wir hier, wie gesagt, ein Universe Survival Saga Team, nämlich folgendes. Wir haben Jiren als Leader, heißt, die Universe Survival Saga-Kategorie bekommt Key plus 3 HP Attack und der 50% oder Strength-Charaktere bekommen Key plus 3 HP Attack und der 50%. Also wäre es in dem Falle besser, wenn wir das komplette Team mit Universe Survival Saga-Kategorie füllen können, sag ich mal. In dem Fall hat unser Boy das gemacht, heißt, jeder Charakter gehört zum Niederskill, 6 von 10 Punkte, alle sind Max-Level Max-Away, yes, haben wir schon mal 8 von 10 Punkte. Wir haben ganz klar die Rotation, Jiren und Dispo an sich teilen sich sehr, sehr gute Link-Skills. Das sollten solche Link-Skills sein, sodass sie sich 50% auf den Angriff geben, so in dem Trailer rum, durch Infighter, Hero of Justice, First Battle. Und dann haben sie noch Shotgun-Speed und Turn of Power, also Key plus 5, also die Rotation ist wirklich sehr, sehr gut. Dispo auch nicht zu unterschätzen, er baut ja immer seine Dodge auf pro Runde, die hier reinkommt und einen Angriff-Boost. Deswegen kann man das auf jeden Fall machen, Jiren an sich ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die andere hätten wir in dem Fall, wenn ich das so sagen darf, weil wir haben jetzt einen Support, der ganze Jahr hat zwei Rotations-Charaktere. Evo, Vegeta und Goddru, das große Problem ist hier, sie teilen sich kein Key. Goddru hat nämlich kein Turn of Power. Und Evo, Vegeta hat nur Prepare for Battle, was anders betrifft. Und der Boy hat kein Prepare for Battle, sondern Shotgun-Speed und Over-the-Flash, deswegen müssen wir mal gucken, was sie da machen. Ich zeige euch mal ganz kurz die Charakterliste und so haben wir das Ganze hier, nice, wenn sie das Ganze geladen hat, damit ihr das einmal seht. Und so haben wir noch hier die Strength-Charaktere. Die Strength-Charaktere werde ich nicht betrachten, sie bekommen nur 50%, das wäre zu wenig. Ich meine, wäre es ein Supporter, okay, dann könnte ich ihn mit reinnehmen, aber wir haben schon zwei gute Supporter. Dementsprechend habe ich mir folgendes überlegt, sieht ein bisschen kompliziert aus, lass mich kurz. Sagen, was ich mir dazu gedacht habe. Ignorieren wir mal die unteren Charaktere hier, die da unten gelistet sind. Wir haben ganz klar Jiren und Dispo in einer Rotation, fünf Link-Skills, die sind sehr gut gedeckt. Jetzt die Sache, jetzt haben wir, wie machen wir die zweite Rotation? Evo, Vegeta und Goddru teilen sich zwei drei Link-Skills, das ist Warrior-Gods-Fields-Battle-Super-Sane, aber kein Key. Die werden strugglen mit Key. Wenn dann ein anderer Rotations-Charakter reinkommt, dann linkt er sich mit einem von denen, aber bei dem einen fehlt trotzdem Key. Das ist Schwierigkeiten, deswegen würde ich eigentlich diese Rotation ändern. Also man kann über das auf jeden Fall so spielen, aber es wird schwierig sein wegen Key. Ich glaube, das kam an. Jedenfalls, was können wir da machen? Wir haben ja noch einen Friend-Jiren. Wir könnten den Friend-Jiren nutzen. Entweder lassen wir ihn in einer Rotation mit Goddru, die hatten drei Link-Skills, das wäre Schocken-Speed, Fierce-Battle und Goddly-Power. Oder wir lassen diesen Jiren mit Vegeta, das wäre dann quasi nur Term of Power und Fierce-Battle. Oder wir lassen den Jiren, den Friend-Jiren mit Toppo, das kann man auch machen auf jeden Fall. Die teilen sich an Wer-Schildern. Vier Link-Skills, auch sehr gut gedeckt. Oder, also es werden viele Odos kommen, aber hier gebe ich dir quasi verschiedene Optionen. Oder du lässt Kayle mit Evo Vegeta, sodass du quasi in einer Rotation Evo Vegeta auf jeden Fall hast. Und Kayle gibt ihn dann natürlich durch Passive-Boost, aber halt auch Link-Skills, die er braucht. Hätte dann kein Fierce-Battle, aber dafür würde dann quasi die anderen Rotations-Charaktere sorgen, denn diese wären dann Toppo, Goddru und Odosiden. Und ja, also von Rotationstechnisch her müsstest du dir mal überlegen, was du da machen willst. Wie gesagt, also Evo Vegeta und Goddru kannst du mal gerne probieren, aber es wird schwer sein wegen Key. Was ich machen würde, also auf die Schnelle spontan, könnte ich eigentlich nicht sagen, um ehrlich zu sein. Aber ich würde, ich würde vielleicht ganz ehrlich, Jiren mit Toppo lassen. Oder wenn ich auf Evo Vegeta Bock hätte, Evo Vegeta mit Kayle. Oder ich würde es spontan machen, ihr kennt mich daher. Also je nach Event passe ich mich auch an. Ich sag mal so, wenn ich jetzt gegen überwiegend Strength-Karak-Dierer kämpfe, dann lasse ich auf jeden Fall Evo Vegeta in Relation. Wenn ich gegen physisch kämpfe, dann nehme ich Jiren und Toppo, sag ich mal. Wißt du, was ich meine? Deswegen sind aber die Optionen für dich so aus deinem Setup. Du hättest noch C-17 und C-18. Die zwei, die synergieren in der Hinsicht gut. Sie teilen sich gute Dingskits, so ist es nicht, aber die meisten geben ihn Key. In der anderen Hinsicht, was ich meine, ist durch die Passive. C-18 bereitet Tech-Orbs vor, aber C-18 selbst braucht andere Orbs, beziehungsweise kann andere Orbs einsammeln, damit sie ihren Angriff-Boost bekommt. Und Verteidigung sollte es, glaube ich, auch sein. Jedenfalls, und C-17, worum es nur damit geht, ist, C-17 braucht Tech-Orbs. Heißt, er könnte die Tech-Orbs von C-18 einsammeln und C-18 neben andere Orbs. Und Jiri würde auch sehr schön funktionieren. So ist es nicht als Zeit-Rotation. Frage ist halt, möchtest du auf Evo Vegeta und Godcoder so verzichten? Das liegt halt an dir, ich sag mal so, Honorable Mention, kann man auf jeden Fall erwähnen. Oder, wenn du unbedingt Evo Vegeta spielen willst, aber einen besseren Partner willst, Chat-Godcoder, also zumindest einen Partner, der Key gibt, Califla. Free-to-play Super Saiyan Califla, du hattest ihre Baseform, das Event ist aktuell live, du kannst sie dir erfarmen. Sie kannst du reintun, sie teilen sich vier Links-Gids. Das sollte sein, Super Saiyan, Prepare-for-Battle, Turn-off-Power und Prodigy, 10%. Hätte kein 4s-Battle, wäre nicht schlimm, dafür würden die anderen Charaktere sorgen, außer Kay natürlich. Also vielleicht wäre das ein Pocket-Pick. Könntest du vielleicht mal versuchen mit. Califla ist quasi eine Free-to-Play-Version, ist gar nicht mal so schlecht. Denn in einem Universe-2-Welt-Saga-Team bekommt sie pro Charakter der dringendsten Boost. Und das kann sie auf jeden Fall verwerten, sei es Angriff und auch Dodge. Also sie kann man auf jeden Fall spielen als Free-to-Play-Karte, sollte man nicht unterschätzen wirklich. Und als Bonus hätte sie dann noch für unser Boy Vegeta eben, was hat man gesagt, Prodigies. Warum nicht, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Jedenfalls, soviel zu dem ersten Team. Das zweite Team ist von unserem Boy Kamagunta mit dem Rosé-Profilbild, sehr nice, sehr nice. Und zwar schreibt uns, Hashtag Team Osudu, hi Osudu, das ist mein Time-Traveller-Team. Ich wollte fragen, ob ich alles richtig gemacht habe und ob ich noch was ändern sollte. Ansonsten mach weiter so, ich feiere dich unter Videos. Gigi. Dankeschön fürs Kompliment, mein Freund. Und zwar lieben Dank natürlich für die Einsendung. Und dann gucken wir uns das Team mal hier an der Stelle an. Wir haben hier ein Time-Traveller-Team. Richtig geil. Time-Traveller-Kartoi bekommen Ki-Plus-Rei HP-Attack in der Funde 50% oder Extreme-In-Charaktere Ki-Plus-Rei 90%. Und dieses Time-Traveller-Team, ohne in deine Charaktere zu gucken, ist gut. Das ist ein richtig krasses Team. Warum? Wir haben in einer Rotation Rosé und Goku Black, 6 Links-Kids, ist total gedeckt. Falls ihr euch fragt, warte mal, soll ich denn in Goku Black mit Rosé spielen, mit den LA-Rosé, weil der wird ja auch zu Rosé. Problem ist, der wird erst nach 6 Runden. Und der Vorteil an dem Strength-Rosé ist, der Boy, der gibt halt vorneweg die Ki-Plus-Rei für den LA. Und das ist ein Ki-Plus-Rei für den LA-Charakter. Das kann er sehr gut verwerten. Zudem durch seine Super-Tech. Er wird ja noch Angriff. Also wenn Rosé zuerst startet, Angriff der folgenden Extreme-Charaktere, die da angreifen. Und natürlich gibt er einen Defensiv-Bus. Und tralala, also im Support-Aspekt hier, overall, auf jeden Fall in den Rotationen immer Strength-Rosé mit der Goku Black klatschen. Und aber auch, Freunde, letztens im Stream habt ihr mir das gesagt. Und ich wollte es nicht wahrhaben. In Goku Black und Rosé transformiert. Wenn sie beide auf dem selben Status sind, die machen mehr oder weniger denselben Schaden. Das liegt daran, dass dieser Rosé zum einen sollte ein bisschen mehr erhöhen Attack-Set haben. Vielleicht auch gleich, aber der hat 160% Multiplayer auf die Essay. Ich wollte das einfach nicht wahrhaben. Ich wollte das echt nicht wahrhaben. Aber es war wirklich so. Also, da wachsen wir auch jeden Tag zusammen, sag ich mal. Aber das hat mich echt geflasht. Und die Sache ist die, ich glaube, auch ich habe dazu geführt, vielleicht ein Sorry, ich glaube, ich habe diesen In Goku Black zugehypt. Ich glaube, das ist der overratedste Charakter aktuell, glaube ich, der In Goku Black. Er ist nicht schlecht, aber es dauert verdammt lange, bis er sich transformiert. Sechs verdammte Runden und 80% drüber. Er ist dann overrated, weil es Goku Black ist und die Transformation. Die Essay sieht richtig geil aus. Aber ey, dieser Strength, der macht seinen Job vorneweg direkt die ganze Zeit gut. So, wisst ihr, das war ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen haben wir die Kurve verfehlt. Aber wir machen mal weiter, sag ich mal. Und zwar haben wir hier an der Stelle natürlich 6 von 10 Punkte. Alle Charakter sind im Leader-Skill. Alle sind Max, Max erwaked 8 von 10 Punkten. Die Sache ist auch, folgendes, LR Chunks und Vegito, LR Vegito Blue Rotation, die ist auch sehr, sehr gut. Ich gebe euch nochmal kurz die Charakterliste durch, aber ich würde an dem Team nichts ändern. Wir hätten hier Vegito Blue. Man kann auf jeden Fall ein Time-Travel-Team Vegito Blue Tech mit Super Saiyan 3 Bardock spielen. Aber da einfacher Bardock fehlt, lassen wir das, wie das ist. Weil die Rotation, sorry. Weil die Rotation, die ich euch genannt habe, ich dachte gerade, ich hätte einen Graphen, aber nee. Ich habe keinen erstellt, sondern die Rotation, die ich euch gerade genannt habe und wie das Team ist, lässt du auf jeden Fall, gibt es einen extra Punkt. Ja, sind dann 9 von 10 Punkte, weil LR Vegito Blue und LR Chunks haben sich vier Linkses, Legend, Power, Super Saiyan, haben Prepared for Battle und Chatting the Limit. Und die sollte man nicht unterschätzen, eine Rotation macht an sich viel Schaden. Diese Rotation mit den beiden Charakterien, die macht an sich viel Schaden. Dann hätten wir noch einen Supporter mit dabei, Supreme Time of Kai. Und zwar gibt die Nakazi vorneweg Keep-2 Attack und left 20% für jeden, 7% Crit-Chance für jeden und hat noch eine great Chance, dann zusätzlich Angriff-Boost von 20% zu geben, sorry. Und oder Verteidigungs-Boost von 20%. Also, richtig gut. Jedenfalls, kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist von unserem Boy Alexander Buchmüller. Vielen Dank fürs Einsenden. Hashtag Team Osuru. Hi Osuru, ich schaffe super Bad Road mit meinem Super Agile-Team nicht. Kannst du mir eventuell helfen? Beziehungsweise kannst du mir helfen? Eventuell ein paar andere Teams. Hab bis jetzt nur super Tag, super hin und super physisch geschafft. Geile Videos, macht weiter so. Danke fürs Kompliment. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Super Bad Road natürlich immer ein Thema. Ich find's leider schade, dass ganz ehrlich, Super Bad Road immer nur am Wochenende live ist. Aber was soll's. Wir haben hier keine Charakterliste. Wir haben hier nur, äh, kein Team. Nur eine Charakterliste heißt, wir werden auch Dementschleiter aber helfen. So ist es nicht. Und zwar. So. Super Agile, Super Bad Road. Auf jeden Fall vorneweg. Wäre es gut, wenn ihr folgende Charaktere habt. Seit Super Saiyan Goku. Okay, hat er. Boom. Der ist sehr wichtig, Freunde, mit der Damage Reduction. Und an sich hat er gute Stats. Super Saiyan 4 Vegeta. Und kann man den auch als Leader nehmen. Super Saiyan 4 Vegeta auch. Attack on the 25%. Kann man auch als Leader nehmen. Ganz logisch. Und der ist auch auf jeden Fall sehr gut. LR, free to chance, free to play, Freunde. Den tust du ja bitte erfarmen. Und den, der im Super Bad Road, der macht sehr, sehr viel aus. Allein von der Passive Air. Der kommt auch allein sehr gut zurecht. Der ist schon bei dir auf 100%. Du musst ihn doch auf den LR-Status bringen. Komischerweise ist LR Trunks, indem ich das heute nehme, sonntags live. Gestern war er nicht live. Eigentlich sollte er gestern live sein. Weil gestern war auch LR Goku live. Also die Prime Battle Heroes sind eigentlich samstags live. Und sonntags die Villains. Aber komischerweise ist heute LR Trunks mit Freezy am Start. Also nur damit, dass man gehört hat. Kann sich auch vielleicht in Zukunft ändern. Weil wenn mich alles täuscht, war letzte Woche er samstags live. Obwohl sein Zeitraum schon vorbei war. Jedenfalls. Trunks nimmst du auf jeden Fall mit rein. Und dann ist die Frage, wen nehmen wir sonst rein? Weißt du was? Um es nicht allzu lang zu halten, zeige ich dir einfach mal mein Team. Weil du hast ein sehr ähnliches Team. Schade ist natürlich, zu dem Stammkarten gehört auch Super Veggie Tool. Du hast leider keinen Super Veggie Tool. Der macht sehr viel aus. Aber ich habe das in dem Video, in meinem Super Aguil Video, könnt ihr euch gerne abchecken, in der Super Bad Road List. Ich habe auch gestern ein Video rausgebracht, wo ich meine ganzen Super Bad Road Teams vorstelle. Das war das Team auf Global und du hast ein ähnliches. Was ich hier gemacht habe, ist Super Saiyan 4 Vegeta genommen. Und als Friend Super Saiyan Goku. Ich wollte auf jeden Fall zwei Super Saiyan Goku's haben. Vor allem, wenn der Friend gut ist. Guck mal, ob du einen guten Friend findest. Ein 100% wäre ideal. Weil der, wenn du den in der Rotation hältst, der erhöht immer seine Damage Reduction. Der tankt wirklich gut, so ist es nicht. Vegeta auch. Also ich habe quasi Vegeta in einer Rotation gelassen mit jedem anderen. Und Goku, also ein Goku in der Rotation und den anderen auch wahrscheinlich mit Vegeta. Irgendwie sowas. Aber jedenfalls, diese Goku's haben wirklich was gut ausgemacht. Heißt, ich habe im Endeffekt zwei Goals genommen. Weil der gibt ja für Heroes, ey, Superclass. Kick plus 3 HP hat er auf 120%. Und in diesem Team sind alle Superclass. Und dann, siehe mal da. Wir haben fast dieselben Charaktere. Vegeta hast du. Goku hast du. Vegeta hast du leider nicht. Komme ich gleich noch zurück. Piccolo hast du. Kannst du mit reinnehmen. Der ist bei dir auf 100%. Der hat bei mir wirklich gut was ausgemacht mit seinen Heals etc. Dann, Dreifahren Goku hast du auch. Da komme ich gleich noch zurückzusprechen. Der ist bei dir nämlich nicht auf 100%. Und Support hast du nicht. Aber du hast Super-Video nicht. Mach nichts. Du tust da LR Trunks rein auf jeden Fall. Okay. Heißt, wir müssen uns noch zwei Stats ansehen. Und auch Freunde, bei Super Battle ist es so. Ihr müsst einfach, ihr müsst einfach Konstellation testen. Welche Charaktere funktioniert. Bei Super Battle braucht man auch Glück. So ist es nicht. Du hättest hier wie gesagt in Super Saiyan 3 Goku. Der ist bei 69%. Ich weiß nicht, ob der vorhin es easy ist. Wenn du das jetzt kannst, kannst du mit ihm probieren. Der ist auch gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Du hättest eine Califla. Vielleicht kannst du mit ihr was machen, weil sie dodged. Immer rein und raus sortieren. Er hätte aber bei dir keinen Juke. Was krank wäre, du hast hier Goku Blue und Vegeta Blue auf 100% bei dir. Die Sache ist die. Dieser Vegeta Blue, bei dem musst du aufpassen. Der muss zuerst Super Attacken, damit er seinen Verteidigungsboost bekommt. Angriff Boost. Heißt, du tust mit ihm zuerst Super Attacken und dann, ähm, du stellst ihn quasi dahin, wo er danach Angriff bekommt. Nicht davor, weil dann hat er seinen Verteidigungsboost nicht. Die Relation ist zwar brutal mit den beiden, aber dieser Goku Blue hat keinen Verteidigungsboost. Also Goku Blue will ich vielleicht verzichten. Den Vegeta Blue könntest du vielleicht testen. Ich hab den damals auch mit ihm geschafft, weil er auf 100% ist. Und dann musst du einfach probieren, mein Freund. Support er brauchst nicht unbedingt. Bin ich ehrlich. Du hast Trunks. Trunks macht sehr viel aus. Trunks behältst du einfach immer in der Rotation. Sofern du gegen zwei oder mehr kämpfst, kommt er alleine zurecht. Der Tank übertrieben gut macht viel Schaden. Und dann, wie gesagt, konnte ich hoffentlich dir helfen. Aber, wie gesagt, orientierst du am besten daran um Versuchskonstellationen. Vielfach, wer geht auf jeden Fall rein. Super Goku auf jeden Fall rein. Super Saiyan Goku. Piccolo habe ich geschafft. Kannst auch testen. Trunks bitte auf jeden Fall rein. Und dann die zwei Charakterie kannst du testen. Ob du drei von Goku mitnimmst, etc. Haben wir gerade besprochen. Worauf ich aber hinaus sollte, ist, er hat mir noch seine Strength-Charakteristie gesendet. Extreme Strength. Wie ist es jetzt folgendes? Frage an euch Zuschauer. Hilft unserem Boy aus? Frage an euch Zuschauer. Wie oder welches Setup würdet ihr für die Extreme Strength, beziehungsweise für die Sage, indem man mit den Extreme Strength Charakterien reingeht, für unseren Boy empfehlen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Hilft ihm da aus? Das ist jetzt eine Frage an euch. Ich dachte, warum nicht? Ich frage mal euch an der Stelle, weil Super Agel haben wir quasi bei ihm gedeckt. Extreme Strength, Freunde. Aus diesem Setup, was meine ich dazu? Realistisch gesehen kann man das schaffen. Realistisch gesehen kann man das mit diesem Setup schaffen, Freunde. Er hat mich ein, zwei wichtige, gute Charaktere. Lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr das Ganze machen würdet. Und ich, das ist halt das Sonntag-Feeling, wenn man einfach vergisst, was die deutsche Sprache ist. Jedenfalls, lasst es uns auf jeden Fall wissen. Und ich mache derweil weiter mit dem nächsten Team. Das nächste ist von Nilo. Lieben Dank. Oder Swag-Gamer. Lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Team Oslo zum einen. Und zum anderen schreibt er uns. Brauche deine Hilfe. Wie kann ich das Team verbessern? Alles klar, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben ja, ah, wir haben ein Heroes-Team. Alles klar. Alle Charakteren, die haben Nilo-Skill. Yes, das tun sie. Also in Max-Awake, Max-Level sind sie nicht. Max-Awake sind sie nicht. Future Gone ist nicht Max-Awake. Aber für seinen Shadows ist er Max-Level. In der letzten Zeit gab es ein bisschen Verwirrung wegen dem Extreme-Z-Battle-Charakteren. Weil ich habe den Super Saiyan 3 Goku einen Punkt fürs Max-Skill nicht gegeben. Obwohl er Max-Skill war für seinen Status, aber nicht vollends Easy-8. Ich habe das Ganze ein bisschen anders gesehen. Ich habe das in den letzten zwei Videos unter den Kommentaren diskutiert. Ausführlich diskutiert mit euch. Vielen Dank für euer Feedback da. Ich werde das in Zukunft anders machen. Ich werde quasi dann sehen, okay, für den Status, in dem sie sind. Und dementsprechend, ja, ist das quasi, ja, ab jetzt für die Zukunft, sage ich mal. Oder schon ab den letzten Videos. Jedenfalls gibt es für den Max-Level, für den Start-Level, sind alle Charaktere Max-Level ein Punkt, sieben von zehn Punkten. Ja, wir haben ein Heroes-Team. Ganz ehrlich, ich würde es einfach nicht nur so lange halten. In den Heroes-Team kann man sehr viel machen. Das Team an sich funktioniert auch. Du könntest auf jeden Fall Super Saiyan Goku mit Super Greta in deine Option halten. Warum? Über die Transformation hinweg. Hilft ihr ihn aus, weil er noch Prepare-For-Ville und Over-the-Flash hat, Super Greta. Andere könntest du lassen, Vegito Blue und in vier Fall Greta. Future Gone und vier Fall Goku passen da wirklich nicht so rein, denke ich mal. Also, man kann vielleicht andere Charaktere nehmen. Es gibt wirklich viel, ihr wisst es, in dem Heroes-Team. Du könntest zum Beispiel auch Super-Vegito reinnehmen mit Vegito Blue in einer Rotation. Könntest du auch machen. Du hattest noch in drei Fangen gut. Nächstes Ding kannst du mitspielen. Mit vierfachen Goethe oder Tag-Vegito Blue. In dem Heroes-Team geht es sehr viel. Du kannst vierfachen Vegeta in einer Rotation spielen mit vierfachen Goku. Wenn du Bock auf einen Support hast, kannst du einen Support mit reinnehmen, statt in dem Future Gohan. Diesen Gohan jetzt zum Beispiel awaken. Den Super Saiyan-Sai-Gohan-Team. Und der ist ein guter Supporter. Also Hero-Team-Testation, da geht es wirklich sehr, sehr viel. Hört sich vielleicht bei mir leicht an. Aber, like legit, du kannst auch Ultimate Gohan reintun für einen Supporter rein- und raushotieren. So Support-Aspekt, sag ich mal. Da geht halt verdammt viel, ja. Das Team ist nämlich nicht falsch. Ich würde jetzt keinen Punkt abziehen, weil das Team funktioniert. Aber okay, ich würde jetzt keinen extra Punkt geben für das Best-Team deiner Wahl, weil der ist nicht Doken Away. Da würde ich schon einen anderen reinchecken. Jedenfalls, mein Tipp an dich. Mach dir klar, welche Rotation willst du spielen. Und dann nimm die zwei Rotations-Charaktere mit rein. Sei es, ob es Supporter sind oder individuelle starke Charaktere, die, wenn ihr in die Rotation reinkommt, auch ihr gutes Ding machen. Das Ding ist nämlich, in einem Heroes-Team und Villains-Team kannst du das auf jeden Fall machen. Also zum Beispiel, wenn du dich entscheidest für Super Saiyan Goku und Super Greta, nehmen sie in eine Rotation. Und dann sagen wir mal, für Tech-Vigito-Blue und Super-Vigito, sag ich mal, physisch, Schatz-Future-Gohan. Dann könntest du die beiden ruhig rein- und raussortieren. Die machen in der Rotation auch gut. Wenn du Bock auf einen Supporter hast, vielleicht Elegrade Salmon Awaken mit reinnehmen. Oder hier an der Stelle vielleicht ein 100% Seedlings bewerten, warum nicht. Oder Elegan Chunks mit reinnehmen. Dann müsstest du aber gucken, dass du Elegan Chunks in einer Rotation hältst mit einem Charakter, der Prepare-For-Welt-Shocking-Speed mindestens hat und Super Saiyan, damit er gut auf seine Super-Techs kommt. Und ansonsten hast du ja auch krasse andere Charaktere. Du hast den Ui-Goku-Sitzen, du hast den Future Super-Vigito-Alts-Leader, du hast den Future-Gohan-Alts-Leader, du hast den Fusion-Leader. Also ich nenne dir mal paar Leader, weil du könntest mit denen auch gute Cartorite-Teams spawnen. Wenn du zum Beispiel eben, wie gesagt, deinen Vierfall-Gohan-Alts-Leader nimmst und nur Vierfall-Fusion-Charaktere mit reinnimmst. Tanz-Fusion. Oder Future-Saga-Team, Future-Gohan-Alts-Leader, und, 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 Majin-Boo-Saga-Team, und, 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 da geht wirklich sehr, sehr viel. Also viele andere Setups hättest du auf jeden Fall auch. Du könntest natürlich auch Tech-Vigito-Blue als Leader nehmen und das Team dann over the Flash-lastig halten. Aber musst dann aufpassen, natürlich, dass von jedem Typus einer vertreten ist. Dementsprechend würde ich sagen, Freunde, so viel zum heutigen Team-Rating-Video. Ich hoffe, dass das Ganze euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.